Ja, wir wurden gerufen zu einem sinkenden Binnenschiff. Im Beintreffen lag dieses Schiff in 45 Grad Schrieglage und es ist kuriose, dass es eben ein Werbeboot ist und auf dem Schiff eine Kuh befestigt ist, die bei Eintreffen dann auch noch Mute. Inzwischen ist das alles durch Kurzschluss an Bord offensichtlich ausgefallen, Schiff weiterhin 45 Grad Schrieglage, zum Teil auf dem Grund des Hafenbeckens austretende Gefahrstoffe werden jetzt von uns eingedämmt, das ist Aufgabe der Feuerwehr, den Umweltschaden zu begrenzen und den Rest muss dann der Aigner mit entsprechenden Firmen klären, um das Schiff zu bergen. Wir begrenzen uns im Moment rein auf die Sicherung der Elbe, sprich Umweltmaßnahmen, das geschieht auch in Absprache mit der Umweltbehörde und da sind wir im Moment tätig und das ist unsere Aufgabe jetzt.